Hallo und herzlich willkommen bei den drei Herren vom Film. Heute haben wir wieder ein Solo-Unpacking. Ich bin alleine, habe ein bisschen Langeweile und habe immer noch so ein paar Sachen hier rumfliegen, die ich noch nicht ausgepackt habe, die ich schon ausgepackt habe oder die ich euch einfach noch präsentieren möchte. Und deswegen fange ich jetzt einfach mal an. Ich habe ein bisschen in der Film-Community eingekauft und zwar bei dem lieben Kollegen vom Kanal Filmgespenst. Der hatte ja ein großes Verkaufsvideo online und da habe ich natürlich auch ein bisschen zugeschlagen und möchte euch gerne zeigen, was ich da denn so jetzt gekauft habe. Zum einen, ich als alter Tier-Horror-Sonstiges-Fan, ob er das ist, weiß ich nicht, das werden wir sehen, habe ich mir mal gekauft. Evil Below, das Böse lauert am Meeresgrund. Ich habe keine Ahnung, was mich da erwartet. Nicht freigegeben unter 18 Jahren. Sieht sehr trashig aus. Regie von Jean-Claude Dubois, wer immer das auch ist, und der Produzent Barry St. Clair. Wir sind gespannt. Es hört sich an, nach Tier-Horror, ob es letztendlich Tier-Horror ist, werden wir nachher herausfinden. Es spielt zumindest auf dem Wasser und ich bin auf jeden Fall gespannt, was mich bei Evil Below erwartet. Der nächste Film, den ich mir abgekauft habe, bei ihm, ist Spirit Trap, die Geisterfalle. Könnt ihr auch mal einen Blick drauf schmeißen hier. Sieht nach irgendeinem Teenie-Horror aus. Was es letztendlich ist, weiß ich nicht. Was haben wir denn hier? Freigegeben hat 16 Jahren aus UK von 2005. Es geht um 5 Studenten, die eine Villa beziehen. Und dann entwickelt sich da wieder irgendwas jenseits der Zwischenwelt und am Jenseits. Und ein Mörder und tralala und keine Ahnung. Sieht sehr Teenie-Horror-Horror-mäßig aus. Trash sowieso. Ich bin gespannt und lasse mich überraschen, was mich bei dem Film erwartet. Film Nummer 3, den ich mir dort gekauft habe. FKL Pose The Chair. Als ich den gesehen habe, als der ankam, dachte ich mir, Moment, das kennst du doch irgendwoher. Ja, es sieht so ähnlich aus wie ein Film, den ich schon habe. Das Cover, ich wüsste jetzt auch gerade, wo er steht. Dann könnte ich das auch mal vergleichsweise in die Kamera halten. Aber den finde ich jetzt natürlich wieder nicht auf Anni. Und zwar gibt es noch einen Film, der heißt The Devil's Chair. Und das Cover sieht fast so ähnlich aus. Wobei es hier wahrscheinlich noch ein bisschen harmlos zur Sache geht. Zumindest hört es sich so an. Hat zwar auch keine Jugendfreigabe. Altes Haus, wieder irgendwo steht ein Stuhl. Und wir lassen uns überraschen. Hat nicht, wie gesagt, gewisse Ähnlichkeiten vom Cover und auch von der Story zu The Devil's Chair. Aber ich bin gespannt, was mich da erwartet. Last but not least, habe ich mir dann noch gegönnt beim Filmgespend. Bizarre, Nacht des Grauens. Das sieht stark aus nach 80er Horror-Trash. Und ich glaube auch Tier-Horror-Trash. Weil hier vorne, kann man es wahrscheinlich jetzt nicht sehen, ist so eine etwas komische, keine Ahnung was, Ratte, Hund, was auch immer, mit Blut unter laufenden Augen. Ein abgetrennter Kopf und es sieht sehr nach 80er-Jahre-Trash-Horror aus. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Naja, vier neue Filme für die Sammlung. Vom Filmgespendst aus seiner großen Verkaufsaktion, die er hier bei YouTube hatte. Hier haben wir nochmal alle vier nebeneinander. Ich sage nochmal Dankeschön für die prompte Zusendung. Hat alles wunderbar geplatzt, 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 geklappt. Jetzt habe ich es, mein Gott, muss auch mal sein. Den Outtake lassen wir mal drehen. Es hat geplatzt, es hat geklappt. Und ja, die vier, jetzt geht es richtig los. Die vier Filme wandern in die Sammlung. Und ich bin gespannt, was mich erwartet, wieder vier neue Filme zu gucken. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal in drei Herren vom Film. Tschüss!